Das ist mein Verraum, der Arbeit ist immer schrift für schrift an einer Kombination. Jack unten, äh Jack unten, Jack unten, okay? Uppercut, ja? Nach diesem Uppercut gehen wir nach rechts rüber mit dem Kopf und nur greifen ganz kurz. Und dann lassen wir wieder los. Ja? Kommt alles nach und nach. Jack oben, Jack unten, papp! Uppercut, rüber, zack! Ihr lauft erst mal, was ganz wichtig ist, nicht in seine Rechte rein. Wir laufen Richtung links, ja? Immer in diese Richtung. Weil diese Hand ist stark. Wenn ich boxe, gehe ich nicht hier lang. Das ist das Sensport-Romando. Ich gehe da lang. Papp, papp! Lauf in den Aperkat, boom! Und dann rüber, da! Okay? Mal, Hendrik? Jack unten, papp! Okay, Jungs, geht weiter hinten, macht mal 50 Liegestütze runter. Runter. Nochmal, Jack unten, Aperkat, bam! Und rüber, zack! Los geht's. Laut gehen! Eins, zwei, drei! Und vorne! Und vorne! Ein, ich höre nichts! Eins, zwei... Lauter, lauter! premat. Ein, ich stege, Sascha. Eck, ich stege, drilling. Ein, ich stege, das Benehmen. Malen wird die adopting eventually, Das war's für heute. Jetzt bin ich hier. Ich bin hier. Das ist irgendwie irritiert, als ich mich hier bin. Hier ist schon, was ist denn? Oh, jetzt hier bin ich. Das war nicht klar, ich bin dran. Ja, nochmal. Nochmal. Das ist ein Schwachstück. Das ist so gut. Das ist so gut. Und runter. Die Haltung noch klar zu sein. Wenn du nach unten drückst, musst du aufhören. Aber wenn du runter gehst, komm! Du! 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 Pass auf! Hopp! 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 Hopp!